Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kirby Planet Wobobot Welt 2 Orte der Ordnung Welt 2 1 Los geht's Hi Supi Oh, jetzt kommen wir in einer Stadt Anschalt Okay Den Deon kann man noch nicht interagieren Geile Fähigkeit auf jeden Fall Oh nein Die Trollfähigkeit Schlafen Die bringt einfach mal gar nichts Da ist der erste Roboblock Okay Geht's hier weiter? Nö So Mal weg da Blöder Bär So Ist da unten was? Nö Ich kenn ja die Entwickler von Halt Die verstecken gerne mal was Auch bei Pokémon Ranger und so Hat man hier halt auch gerne mal gesehen Oh, das gibt's doch nicht Okay, hier unten ist nichts weiter Ein Glubsch Okay Gut, gut So So Bärdum 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 Also hier diesen Propeller nutzen Der anscheinend Fuck Ich glaube Ich glaube jetzt ist das erste Mal Dass wir jetzt Nochmal spielen müssen Oder Nee, doch nicht Alles gut Es sah für mich aus Es wird Die Truhe dann Du wirst schon Im ewigen Abgrund landen Hm 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 Roboblock Nummer 2 So Okay Shit Für keine Bomben nehmen Ja Ich bin immer noch erkettet So Jetzt kommt ein Boss Ein Teleport Link Okay Warte mal Ich bin immer Kann man hier glaube ich Überhaupt nichts ausrichten 152 Na okay Doch Man muss halt Nur können Würde ich sagen Scheiße Oh Gott 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 Warte mal Machen wir das halt so Das hat sonst keinen Sinn hier Wird gerne mit der Bombenfähigkeit machen Aber das würde echt so lange dauern Psychofähigkeit Psychofähigkeit So So Tütchen oder ins Tütchen Dahinter könnte ich hier hinten könnte um das sein Da laufen auch welche rum Das lassen wir da mal genau überprüfen Wenn wir da wie hinkommen können So Ähm Da Warte mal Okay Okay So So Jetzt haben wir alles Ah Aber Ich würde gerne an diesen goldenen Stickern noch rankommen Jetzt müssen wir bloß gucken wie wir da dran kommen Oder bekommen wir noch hier die Den Roboter Ich weiß es nicht Autsch Schauen wir mal am besten Oh Hauptstraße hier Hier ist das Ziel Warte mal Ins goldene Sticker werde ich schon rankommen Warte mal Warte mal Warte mal Das kommt doch nicht Wo gab es denn den Robobot Scheiße Ich glaube wir hätten mit denen hier zurück gehen müssen Ja Sieht ganz danach so aus Na gut Ärgerlich Aber warte mal Vielleicht klappt das Nein Spiel sagt Nein Wenn man Spiel sagt Nein Heißt das doch Nein Dann kann man Dann können wir nichts ändern Dann müssen wir später nochmal machen Ist ja egal Gut So Mal gucken ob wir heute ein bisschen mehr Glück haben Das war knapp Ne Maxi Tomate Kirby Nightmare in Dreamland Ist doch der Remake von Kirby's Adventure Zahnrad Jetzt haben wir schon zwei davon Gut Elf Minuten sind wir Weiter geht's Level zwei Hi So Popstar Okay 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 Oh Na gut Ein Invasionpanzer So So Das gehört jetzt mir Gut Okay Okay Alter Voll geil Jetzt fahren wir im Shit Alter Den hat mich gerade von Super Mario Land Das war geil Boom Jojo Jojo So Das ist mir zerstört hier Die ganze Scheiße Ach nee Wo ist ein Sticker versteckt Hier haben wir den ersten Roboblock Jojo 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 Weiter geht's Jojo 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 Oh, meine One-Ups wurden tatsächlich zurückgesetzt, als ich die Aufnahme begonnen habe, beziehungsweise das Spiel neu gestartet habe. Interessant. Okay. So. Nummer zwei. Nummer zwei. Nummer zwei. Gut, Mr. Boss! Endgur-Basis! Bum! Bum! So. Jetzt kommen wir ja im Inneren, ne, oder? Ne Alter, was für ein Absturz hier So Ne Maxi-Tomate Okay Fertig So, jetzt komm Jawoll Sauber Eingelocht hier So Kirby, yeah, right, fake, wait Okay Kenn ich nicht Mass Attack, Kirby, Pa Okay Oh, Kirby und das magische Garn Der Plüsch Okay Soll ganz gut sein, aber mit den Tonen soll er irgendwie nicht ganz gut sein Okay Äh, Kirby Und die wunderbare Spiegelwelt Spielt da gerade Paddy, ne Telefon Marathon Kirby Aber wahrscheinlich Wenn das Video hier online kommt, wird es wahrscheinlich schon vorbei sein Mal gucken So Hi Tote Welt Äh, drittes Level Okay Ein Rad Musik Musik Klingt schon mal interessant Ich sollte mal springen, ne Ich sollte mal springen, ne Daher schön ist Fuck 1. Lolli. Oh. Aha. Ein goldener Sticker. Okay. Das sieht sehr interessant aus. Okay. Ähm. Regenschirm? Ich würde eher den Regenschirm nehmen. Damit kannst du besser kloppen. So. Okay. Nächster Boss. Ein Toxy-Burus. Sehr schön. Okay. Alles klar. Und weiter geht's. 22 Minuten. Nach diesem Level hören wir dann auf. Herz-Pick-Karo. Okay. Herz-Pick-Karo. Also Scherz-Pick-Karo. Peak. Peak. Na. So. Da wäre noch eine Tür. So. Karo. Genau. Gut. Da haben wir Roboblock Nummer 1, hoffe ich mal. Super. Okay. Wir haben einen Roboter. Zack. Und weiter geht's. Ba, ba, ba. Oh, Stein. Ho. Ich hätte noch gedacht, da wäre noch irgendwas. So. Nummer 2. Super duper. Super duper. Gerne mal gucken, was dort oben wäre. Nichts. Sieht sehr auffällig aus, finde ich. Aber na gut. Ah. Ich bin schon ja wundert, warum wir das machen müssen. Okay. Okay. So. Okay. 2, 3 Haben wir alles geschafft Jetzt können wir entspannt raus Ja Super Oh, schön, das Ding Sehr gut Musik-Logo Okay Kirby Airwhite Hydra Hydra Okay Kenn ich nicht Ein Waddle-D Zahnrad Kirby Tilton Tumble Blinkbed Okay, kenn ich auch nicht Nightmare in Dreamland Ach ja, genau Dieser Typen Die habe ich damals sehr hasst Nightmare in Dreamland Äh Das ist vom Remake Jaja, okay So Genug Freude Im nächsten Part Machen wir weiter Mit Welt 2, 4 Und dem Boss Und dem EX-Level Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Haut rein, Leute Und schau Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Schau Taa